Ich brauche was zum Aufputschen. Wozu? Raus aus dem Alltag, alles anders sehen, unerhörte Töne hören, die Perspektive wechseln. Na, weißt schon. Weißt schon, weißt schon, weißt schon, nix weißt du. Für all das brauchst du kein so gefährliches Zeug. Ich hab da was viel Besseres für dich. Was Besseres als Drogen? Was soll das wohl sein? Wart's ab, lass dich drauf ein, lass dich überraschen. Wird's wehtun? Ganz im Gegenteil. Na, dann ist so irgendeine Vergelei. Erst recht nicht. Also, schlägst du ein? Der Pakt gilt. Es ist eine philosophische Sinneserfahrung.